Meinen die nicht einfach hauen? Die kann man sehr gut hauen Könnt ihr da drinnen ein Bett bauen? Leute guckt mal Nein, mit den Kletterhaken hier hoch Ich glaube das schaffe ich nicht da durchzutauchen Ohne Zeugs glaube ich eher nicht Kann ich mal kurz die Lichter anmachen Boah, geh weg Toll, jetzt ist da im Durchgang ne Krabbe Wir haben gar keine Ressourcen um hier irgendwie ein Bett zu bauen oder? Da sind doch Bäume und alles Ich sehe gerade Kristalle Hat jemand Heid? Ich habe Werkzeug Theoretisch ja, ich könnte den Nameless hier ausnehmen Jetzt habe ich Heid Die Frage ist, kann man da unten was aufbauen? Die Frage Okay, wie heißt das Bett jetzt? Ist es das da hinten? Ich kann es nicht anklicken, weil das andere Bett auf der Map drüber ist Jetzt erkennst du es vielleicht Wasserhöhle drinnen? Jo Jawoy, alles halb so wild, siehste Oh man, oh man, oh man Puh, so und wo ist jetzt meine Leiche? Irgendwo hinten im Wasser Ja Da draußen? Oder Wo jetzt? Ja Hier? In die Richtung? Sind wir eigentlich hier reingekommen oder müssen wir hier rein? Ich glaube, die müssen wir später rein Ah, da unten, ich sehe sie Meine Leiche Aber da ist halt die scheiß Qualle daneben Ist da wieder ne lebendige? Ja, die ist lebendig Könnt ihr mir hier mal ein bisschen Backup geben und die Qualle vielleicht mal wegschießen mit euren Harpunen? Ah, ein Nameless ist hier auch Also die, die da hängt, die ist tot Sicher? Die ist aber aufrecht Ja Hilfe, ich habe hier ein Nameless Ganz viele Ich springe ins Wasser Ich bin gleich wieder tot Gott, ja Ach du Scheiße Das sind sehr viele Mann, ich muss nachladen Ich versuche mal ein Stück Ich muss ins Wasser Ja Zu euch hoch zu kommen Ja, also die Qualle hier, die ist tot Okay, alles klar Sind jetzt hier noch Nameless? Komm nicht raus Hier Wenn unsere Köpfe leuchten Glaub mir ist gerade ein Licht aufgegangen Ja Habt ihr schon wieder diese Lamp Rays dran? Ne, wir haben es immer noch Meins hält noch 160 Sekunden Ach das hält, ach das ist ein Ding, das hält vor Ne Zeit Ja, das hält 600 Sekunden insgesamt, glaube ich Ach du Scheiße So, ich mische jetzt einfach mal die Rüstung Die Sachen, die jetzt kaputt gegangen sind Die nehme ich jetzt einfach Nehme ich jetzt einfach die angelutschten Ich habe jetzt leider schon wieder Leben verloren Bei der Aktion Irgendwie jetzt eigentlich richtig? Ich habe keine Ahnung Ich weiß nicht, wo wir hin müssen Ich würde ja eigentlich vermuten, dass wir eher nach oben müssen Da, wo diese riesigen leuchtenden Kristalle sind Oh mein Gott Was ist das? Shadow hat auf was geschossen Auf den Aal? Der Aal da unten hat mich durch die Felsen geschockt Also diese Waban nach zu urteilen müssten wir da Äh, da kann ich mal kurz jemand erschießen Dann habe ich volles Leben und keinen Bug mehr Ich hab nur die Shotgun Warte, warte, ich habe einen Pfeilbogen In den Kopf, bitte Ich hätte ihn auch mit einem Schwert erschlagen können Zu spät Ich habe auch den Pfeil wiedergekriegt, alles ist gut Du liegst hier wohlbehütet Ich heil mich jetzt hoch Ich habe keine Lust jetzt nochmal zu sterben Ich bin schon so oft gestorben heute Ich habe mal die zwei Ahle erschossen Hier unten ist ja so ein Durchgang, ne? Aber es könnte natürlich Und hier ist auch dieses Waban da oben Äh, ja, super Es ist direkt bei meiner Leiche nameless gespawnt Scheiße, warte, ich habe die Lampe Ich habe mich angreift Wenn die nicht geht Die manchmal einfach jetzt Jawoll Manchmal geht die einfach nicht Daneben ist es direkt vor dir Du hältst drauf Aber dieser Strahl kommt halt nicht raus Der ihn halt stunnt Hör mich sonst auch nochmal schnell jemand um Der, äh, waff bleibt, wird sie Ja, aber mein Leben könnte ich zumindest ein bisschen hochheilen dann Hast du gar keine Rüstung mehr eigentlich? Ich habe die gerade ausgezogen Soll ich oder, ja, ich mach, komm Ich wollte gerade sagen, soll ich den Bulldog lieber weglegen? Hahahaha, falls ich daneben schieße Wenn ich daneben schieße, halte ich meistens zu weit nach links Er hat sogar den Pfeil im Kopf steckt Ja, bei mir hat er den Bulldog auch voll im Gesicht Hahahaha Also, aus meiner Perspektive hat das alles Sinn ergeben Jaja Aus meiner Perspektive sah das alles sehr gut aus Da im Wasser ist übrigens ne Qualle Wenn wir da durch wollen müssen Äh, ne Krabbe meine ich Wenn wir da durch wollen müssen wir an der Krabbe vorbeischwimmen Ja Willst du die jetzt wirklich aggro machen auf uns? Ne Ich würde erst warten, bis Ritzi wieder da ist, ihr Zeug hat Und dann vielleicht die Krabbe versuchen von oben zu töten Das wäre vielleicht erstmal eine schlaue Maßnahme Vor wir jetzt irgendwas auf die schmeißen Ich glaube, dass die Betten haben noch cooldown, oder? Nee, ein Bett Warte, ein Bett hat auch noch keinen Namen bekommen Wir sind drei Betten Wir sind ganz viele Betten Warte, das eine, ähm Rename-Bett, das heißt jetzt E Warte mal, wenn man hier drinnen Sachen aufbauen kann Dann könnte man hier drinnen auch eine Base aufbauen, theoretisch Ja Das sind halt Höhlenklagen Die Höhle Lachs hier aus dem Kopf spiel, denn nein Aber das ist so schön hier unten irgendwie Findest du? Man stirbt hier zwar so ein bisschen, aber Vielleicht hat die Ghostbusters Waffe einen Cooldown Das glaube ich nicht Warum sollte die einen Cooldown haben? Ich sehe da keinen Timer oder so, der abläuft Überhitzt bestimmt So wie die, äh Waffe Achja stimmt, warte mal, da ist ja so eine So eine Digitalanzeige da oben dran Und die ist jetzt gelb Wahrscheinlich hat sie doch einen Cooldown Ja, das ist aber Die ist aber komisch, ich würde eher sagen, dass das die Ladungskapazität ist Vermute ich mal eher Ich glaube das ist Ich glaube das soll eher die Ladeanzeige sein Ich hab halt sonst nur die Harpune und dafür auch nicht so viel Schuss Müssen wir mal gucken Also schießen wir jetzt auf die Hat ich nicht vorne noch normale Pfeile dabei? Wollen wir jetzt, wollen wir jetzt untenrum Also wir müssen Wir müssen jetzt mal kurz entscheiden, was wir jetzt machen Gehen wir jetzt hier unten lang Irgendwie sieht das mehr aus wie ein Ausgang Ich bin nochmal ausgeflogen Scheiße Okay egal, ähm Nochmal von vorne Wollen wir jetzt hier unten lang gehen? Weil für mich sieht das hier eher aus wie ein Ausgang ehrlich gesagt Wenn wir hier schon unten sind Weil wir sind ja auch von unten gekommen Eigentlich vermute ich glaube ich eher müssen wir nach oben Weil da oben ist so ein Lootrop gewesen So ein Loot Ding Und da waren wir ja jetzt noch nicht, oder? Oder waren wir jetzt schon ganz oben? Gerade eben Das sah schon ziemlich weit oben aus, finde ich Und hier ist halt dieses, dieses Gewaber da Von den Artefakt-Dingern Das stimmt natürlich Das würde natürlich hier drauf hinweisen Da hinten geht es sogar durch in die Höhle Übrigens, guckt mal über euch Hinter euch da Warte mal, ich versuch mal mit der Shotgun Ich schmeiß mal ein Glowstick da hin Seht ihr das? Da ist auch so ein Durchbruch in der Wand Oh stimmt Hier oben Wollen wir durchgucken? Da kann man durchsehen, ja Ich sehe da die andere Seite auf jeden Fall Hm Also da hinten geht es eindeutig auch sehr weit noch So wie es ausschaut Guck mal, da oben geht es aber auch weiter, oder? Hier Da bin ich runtergesprungen Achso, da bist du runtergesprungen, okay Die Lampe braucht kurz um den Strahl zu feuern Einfach gedrückt halten Ja, hab ich gemacht Hab ich ja gemacht Aber es kam trotzdem kein Strahl Ich glaube das hängt ein bisschen vom Winkel ab Wie man zu dem Nameless steht Wenn der zu nah dran ist oder so Dann kriegt die Lampe den Winkel nicht hin Und dann kommt der Strahl nicht Stell dir wieder da? Ja Sehr gut Also Müssen wir jetzt Dann müssen wir jetzt da die Krabbe aus dem Weg räumen Und dann Müssen wir schauen, dass wir da weiterkommen Schätze ich Gehst du ins Wasser gerade? Die wird aggro, ne? Die geht es auf jeden Fall durch Die ist hinter dir her, ne? Aber schnell, aha Die kommt da nicht durch, Leute Toll Oder doch, die kommt hinter dir her Im Artefakt müssten wir in die komplett andere Richtung Als in den Tunnel sogar Laut GPS Vielleicht macht der Tunnel ja noch einen Knick Hm Shadow, du hättest vielleicht mal netterweise auf uns warten können Ich glaub Shadow ist nicht tot Ja Das war Okay Es sind auch alle drin Warum hast du das jetzt gemacht? Warum hast du nicht auf uns gewartet jetzt? Warum bist du da einfach rein? Ja, ähm Dann ist das vielleicht der lange Wassertunnel der Jetzt sind deine, das sind deine Items auf der anderen Seite Du hast keine Waffe und kannst nicht mitkämpfen Ich bin noch lange nicht auf der anderen Seite Ich war so ungefähr in der Mitte vom Ding Ja, aber die Waffen Deine Waffen sind jetzt halt da, wo wir nicht rankommen so leicht Wir müssen da jetzt erstmal hinkommen So, ich zieh mir jetzt schon mal wieder Flipper und Scuba Scuba an und dann abgeht die Wurst Da ist übel viel Zeug drin Ja, meine Flipper sind fast kaputt Dann gehen wir an die Grenze nur hin und versuchen die Viecher da raus zu locken Und versuchen dann hier wieder raus zu gehen erstmal und die dann zu töten Ich versuch da mal den Anglerfisch zu töten Achtung, Anglerfisch links neben euch Wir sind auch wieder Lampreis, nicht zu nah am Boden bleiben Okay, Anglerfisch Level 8 ist schon mal tot Oh ja, ich seh sie Braucht die Bolzen wieder Pass auf, ein Name ist da unten Da ist die scheiß Krabbe, die ist natürlich mitten im Weg jetzt Aber die krabbeln ja nur am Boden, die kommen ja nicht hoch Die springen aber Unter Wasser springt doch nicht Links sind Quallen, ganz viele Und sie kommen auf uns zu Geht zurück, geht zurück, geht zurück Kommt nicht ganz so weit nach vorne Ich kann die ja mal, ich habe gerade eh nichts zu verlieren Ich zieh mal so das ganze Viechzeug ein bisschen an den Boden Scheiße, die Krabbe kommt Die Krabbe hat mich jetzt, die hat die Aggro auf mich jetzt Okay, dann halt nicht Die ist nur 36, die müssten wir endlich platt kriegen Die hier ist 44 Die kommt gerade zurück hier, die Krabbe Die kommt gerade zurück hier, die Krabbe Jo Oh Gott, die Quallen, er schießt die Quallen Ja, versuche ich ja Aber ich muss mich auch auf die Krabbe konzentrieren jetzt Ich habe einen erwischt Oh Gott, andere Fische Mit den Harpunen geht das eigentlich Zurückweichen, immer schön zurückweichen Achtung, Krabbe, äh Qualle Oh, die war 116 Denkt auch dran, dass ihr euch die Bolzen von den Viechern wieder zurück holt, ne Ich versuch's Ich versuch's Oder ist noch eine Qualle Qualle noch hinter Shadow Alles gut, sie ist tot, sie ist tot Soll ich euch das Viechzeug hier noch mehr dran ziehen oder Äh Da vorne wird schwierig, da sind die, äh Die Aale Da müssen wir gleichzeitig drauf halzen auf jeden Fall Die Aale Oh shit Lasst mal ein Stück zurückgehen nochmal Kommt mal zurück noch Lasst die wirklich von Weitem anschießen, die Aale Und dann Der Anderfisch Okay, einen habe ich getroffen Jetzt schwimmen sie weg Einer kommt Ich glaube nicht, dass sie wegschwimmen Hier kommt gerade alles Oh Gott Einer ist tot Okay, ich bin platt Alter Schwimm, ja schwimm Schwimm da raus Meine Flossen sind kaputt Ich habe kein Stamina mehr, ist auch geil Ich bin tot Ich bin falsch gespawnt, ich bin oben gespawnt Die Betten haben noch Cooldown, glaube ich Ich habe einen gefüttert zum 10 Seid ihr alle tot jetzt? Ja Also Rissi nicht, aber ich Ich bin auch tot So, die Aale, die chillen jetzt hier direkt vorne rum Am Eingang Ich bin jetzt random bespawnt Muss mich nochmal drücken Ja Was haben die denn eigentlich für eine Akro-Range? Kann ich da vielleicht mich vorbeischleichen irgendwie? Okay Ah ne, das wird nichts So, soll ich vielleicht nochmal zu unserer Reaper Base gehen und da irgendwie ein paar Chitin-Rüstungen mitbringen? Ich glaube das Problem Vor Drachen haben wir auch nicht mehr damit Ist jetzt, wir haben jetzt unsere gesamte Ausrüstung da unten versenkt Kommen da jetzt nicht mehr ran Weil wenn wir da jetzt spawnen Ich meine, das würde vielleicht gehen, wenn einer die ablenkt Und die anderen vorbeischwimmen und ihr Zeug holen Das würde vielleicht funktionieren noch Das Problem ist, die Betten haben jetzt schon wieder so einen Cooldown Und das dauert jetzt wieder 5 Minuten Wird schwierig Also wir müssen da auf jeden Fall gleichzeitig auftauchen Dann müssen wir gleichzeitig ins Wasser Und einer muss dann versuchen durchzuschwimmen und wenigstens sein Zeug zu holen Das wäre eine Möglichkeit Einer der beiden, die durch müssen, wird sterben Es braucht ja erstmal nur einer durchkommen, damit wenigstens ein bisschen Zeug gerettet wird Es geht ja jetzt darum, dass wir nicht die Sachen nochmal neu farmen müssen Weil das dauert dann wieder 2 Stunden Es geht mir nur darum, dass wir hier schnellen Progress machen können Darum geht's mir So, jetzt kann ich spawnen hier Wasserhöhle drinnen Das hat doch keinen Sinn, wenn wir jetzt das alles normal Hä? Ich bin irgendwo aufgetaucht Moment So geht das nicht Wasserhöhlebett ist nicht das Richtige Ah, Wasserhöhlebett drinnen Jetzt kann ich wieder spawnen Na, tauche ich richtig auf? Mhm Okay, gut So, jetzt Moment Wo seid ihr? Wo seid ihr? Am Wasser Hier unten seid ihr? Okay, alles klar Wir stehen hier und gucken uns unsere schönen grünen Dinger an Wo sind jetzt die Aale Wo sind jetzt die Aale? Die sind natürlich jetzt schön verteilt Einer hängt da direkt am Eingang Okay, wir müssten jetzt mal schauen Wer möchte denn mal versuchen, einen von den Aalen oder zumindest den einen, der da am Eingang ist Mal wegzulocken Ich, ich versuch mal Warte mal Ich geh mal hier oben Wollen wir nicht kurz warten, bis die Betten wieder frei sind? Ja, aber unser Zeug, die spawnt auch irgendwann, ne? Der Timer läuft auch Mhm Dann brauchen wir das gar nicht versuchen, wenn das Zeug weg ist So, ich spring jetzt mal hier auf diesen Vorsprung So Dann bin ich schneller an dem Loch dran hier Mein Zeug zwischen den Korallen, ich will's haben Ja, meins auch, da direkt vorne am Eingang So, jetzt müsste einer von euch die mal irgendwie an irgendein Beckenrand locken, wo sie halt nicht da direkt am Eingang sind Irgendwie Also von uns da rechts vielleicht rüber zu? Ja, genau, so von euch aus gesehen da rechts rüber Genau, Shadow macht das, sehr gut, perfekt Ja, da, da kommen sie Ah, sie kommen, sie kommen Ja, 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 sehr gut, perfekt Ah, sie schwimmen wieder zurück Ähm, auch weil sie nicht rankommen Ja, weil sie nicht rankommen Ja, Shadow, ich glaub, du musst dich töten lassen von dir Äh, das Problem ist Wegen dem Erdbeben wurde ich grad nochmal so Gefühlte zwei, drei Meter Ja, ja, schwimmen ist scheiße Ja, das scheiß Erdbeben Warte, wir können ja auch warten, bis das Erdbeben vorbei ist, das dauert nicht so lange Der eine Aal ist auf jeden Fall da ganz schön am Kreis drehen, da Am Eingang, das macht mir ein bisschen Sorgen Weder am Rad Nicht, dass der da nicht mehr rauskommt, dann kommen wir an dem auch nicht vorbei Ansonsten haben wir doch hier bestimmt auch Ressourcen, um uns einen Bogen machen zu können, oder? Ich geh grad so ein bisschen vor dem Himmel Weil dann könnte man doch theoretisch einen Bogen machen und die vielleicht vom Land aus mit einem Pfeil und Bogen erschießen Dauert zwar lange, aber So, jetzt ist Erdbeben vorbei Ben Ich glaub der eine Aal im Eingang ist jetzt noch tiefer da reingeschwommen, der Schweinepriestervieh Sie kommen, sie kommen, sie kommen Boah, machen die einen Schaden, ey Weil sie schwimmen wieder an ihre Position zurück, wo sie gerade gewesen sind, das bringt überhaupt nichts Guck gleich mal den hier an, den Harry Komm, schwind doch noch ein Stückchen Ja, da kann eigentlich noch ein Stück rauskommen Hat jemand Badge? Wenn ich Badge hab, kann ich eine Axt machen Hat jemand Flint? Oh, ich hab Badge Da hab ich eine Spitzsacke Mir fällt grad auf, ich komm hier jetzt auch nicht mehr weg Von dem Podest hier Ich spiel, wer du wartest dann da Ach, bevor ich jetzt hier warte, spring jetzt nochmal rein und versuche einfach mal was Du wirst sterben Lock sie in den Tunnel, genau Ja, aber in dem Tunnel ist doch unser Zeug, das ist gar nicht so schlau Aber meins ist vor dem Tunnel Mann, einer ist immer noch hier vorne Ja, der hat nur zur Seite geguckt, vielleicht hängt der hier fest Meinen die nicht einfach hauen? Ja Die kann man sehr gut hauen Oh Gott Wo ist er denn jetzt, der Shadow? Tot! Nein, aber wo ist der Körper mit dem Werkzeug? Hier vorne, ne? Die haben auch hier ihren Bodyboost, die Schweine Können wir nicht irgendwo Flint herholen? Vom Himmel fällt das manchmal von der Decke, wenn's Erdbeben gibt, fällt das von der Decke Eben war irgendwie keins dabei Jetzt nur Kristall raus im Stein Hey, warte mal, man kann sie schlagen Hier, verstehe Wahrscheinlich, weil deine Faust nicht so viel Strom leitet, wie die Steinachse oder was Das kann sein Loi, wenn wir Nahrung zum Zähmen hätten, könnte ich das jetzt in den letzten Slot legen und ihn zähmen Ja, ich hab das probiert bei denen, die uns angegriffen haben So, okay, vielleicht, vielleicht kann ich ja so Oh nein, ich bin tot Was fressen die eigentlich? Fleisch, Loi, also er hat auf jeden Fall mein Fleisch gefressen Oh, Sekunde, ich hab doch Fleisch Ich hab mich Ja, gib ihm Fleisch Er ist, glaub ich, gleich tot Warte, warte doch Tatsache, das geht, Loi Wollen wir den jetzt teilen? Ja, lass den teilen Ja, und dann schick ihn rein Er hat nur noch voll wenig Leben, aber Ich weiß nicht, wird das geheilt, wenn er dann gezähmt ist? Kann sein Guck mal in seine Augen Ah, ist schön wieder Gleich schockt er einmal, bist du tot Wenn ihr wüsst, was gleich passiert Hm, hm Sieht aus, das ist ja der voll Panik Ich hab ihm Wenn du jetzt unter ihm ins Wasser gehst, ne? Dann bist du gleich bestimmt Ja, ich weiß Ich hab, ich hab ihm Ich hab ihm ordentlich auf die Nase gehauen, natürlich hat er Panik Erst haut ihr mich und dann wollt ihr mich zähmen Wie wär's rechter Haken, du, das, äh Ist für alle wohl anscheinend schlimm Das ist Zucker, Brot und Peitsche hier Erst hau ich ihn fast zu Klump und dann wird er gezähmt So macht man sie sich gefügig Mit den anderen Dinos macht man's doch auch nicht anders Eben, genau Aber der alleine packt das nicht gegen die anderen, ne? Ja, gut, aber er kann ja uns zumindest einen kleinen Vorsprung verschaffen, so Es reicht ja schon Vielleicht kann er die anderen ja schocken Na ja, ist geil Damit sie sich nicht bewegen können Es reicht ja schon, wenn Ritzi an ihr Zeug kommt, damit sie die anderen dann wegschießen kann Das reicht ja schon Direkt hier unten, quasi Du kannst es jetzt, glaub ich, holen, oder? Jetzt kannst es holen Glaub's auch Probier mal Aber ich pfeif, ich pfeif ihn mal total Vielleicht bin ich, vielleicht bin ich tot, ich seh es kommen Immerhin, wir haben einen Aal, wir haben schon mal einen Aber dass man hier drin auch zähmen kann Wo bin ich denn hier jetzt überladen, achso Dass man hier drin auch zähmen kann, ist doch auch nicht das normale Prozedere in der Höhle, oder? Normal ist es doch in Höhlen so, dass man die Viecher nicht zähmen kann Hast du deine Sachen? Ich hab sie So, dann probier Okay, dann versuch ich jetzt Warte Ja Meine Sachen sind direkt hier vorne am Eingang Okay, dann hol du dir deine Sachen Ich versuch mal ein bisschen tiefer noch rein zu schwimmen und zu gucken, ob ich meine Sachen überhaupt sehen kann Weil vielleicht sind die schon längst weg Ich weiß es nicht Hast du alles? Ich hab meine Sachen Ich hab meine Sachen Ah, ich bin überladen Wieso bist du überladen? Ja, wahrscheinlich hast du auch, weil du irgendwie Zeugs gesammelt hast Bei mir waren Bären im Weg und sowas Der legt sich grad mit den Fischen an hier Ja, der will hier die Lachse töten Ja, weißt du was? Da sind grad keine Aale zu sehen Ich versuch jetzt auch mal durch zu schwimmen Aber direkt vorne links ist auch wieder einer Kann man sich nicht an dem Aal festhalten? Ja gut So schnell durchschwimmen Das vorne links hier, das ist übrigens kein Aal Das ist ein Wie heißt da? Diplocaulus Diplocaulus, genau Achso, okay Die Aale sind alle hier in der Höhle drin Warte, wie konnte man die nochmal tamen? Weiß ich nicht, aber schwimm da jetzt mal nicht hin Diese Kistenreihe, die ich hier unten hinterlassen hab Wirklich in einer Reihe so Das ist was aus wie ne Wasserschlange Okay, ich hab zumindest grad erfolgreich den Timer von den Sachen zurückgesetzt Weil ich sie alle ins Inventar geholt hab Wir können versuchen auf die Aale zu schießen, aber Naja, wir müssten halt jetzt irgendwie versuchen die Aale da an diesen kleinen Strand zu locken Sodass wir das vielleicht Ich könnte sie anschießen und dann rausschwimmen schnell Ja genau, zum Beispiel Das wär schon nicht schlecht, glaub ich War ich jetzt getroffen? Wenn du einen getroffen hast, dann kommen ja alle Oh Gott! Oh ja, sie kommen Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ja Das ist... Wo sind denn jetzt die ganzen Viecher nach? Links, links ist einer Am Eingang Am Eingang Da rechts ist auch noch einer Ich schieß mal auf den einen so ein bisschen Ich versuch die hier wieder... Ich versuch die wieder herzulocken Nee 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 Hier ihr hässlichen Kack-Aale, kommt! Du stirbst sofort, Schwebeer, du musst nah am Ufer bleiben Ja, ich weiß Einer ist tot Oh nice, sauber Okay Oh, ein Lachs ist auch tot Ich versuch sie ja anzulocken Das ist ja der Plan gerade, dass ihr besser drauf schießen könnt Er ist auch tot rechts in der Spalte Sauber Links blitzt noch was Er ist auch tot Er ist auch tot, sauber Okay, ich versuch's durchzuschwimmen Oh Ich hab doch abgebrochen Ich glaub das waren die drei Ich glaub da ist jetzt keiner mehr Das Ding ist, ich hab jetzt keine Flossen Doch, da ist noch einer Alle raus Komm schnell raus Oh Gott Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Ich versuche... Ey, ich bin noch nicht tot Ich versuche hier noch weiter zu euch zu locken Könnt ihr drauf schießen? Okay Ja Einen treffe ich von hier Den links, ne? Ja Okay, einer ist tot Der andere, wo ist der hin? Der ist jetzt irgendwo abgehauen Ich spring noch mal rein Ich versuch's noch anzulocken Er ist wahrscheinlich wieder zurück geschwommen Die Schweine schwimmen Schwimmen wir wieder zurück Schwimmel 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 Ne, ich seh keinen Gerade Doch da hinten ist er Vielleicht kann ich ihn verarschen Oh, mein Scooter ist auch kaputt Ja Die Ticher bringen ja auch noch Hyde, ne? Bringen nicht Hyde? Nein, die bringen nur Fisch vielleicht 27 Minuten ist übrigens der Timer von dem Klamotten Okay, ich werde wieder geschockt Ich werde wieder geschockt Man sieht's Ich treibe so ein bisschen in die Richtung Ahhhh Am Ende stellt sich raus, wir müssen da gar nicht lang Pass auf Am Ende stellt sich raus, wir müssen einfach nur nach oben klettern wahrscheinlich Das wäre auch der Kracher, ey Ich habe erfolgreich alle Lachse getöscht Ich bin stolz auf dich So, ich hab mein Zeug Ich bring mein Zeug immer so millimeterweise ein Stück weiter nach vorne Geht doch nicht alle da rein, da ist noch der Aal Es sind zwei Stück da und sie kommen Geht zurück, geht zurück Warte, ich versuche mich zu opfern, um Gottes Willen Eieiei Oh, guck mal, ich stehe eigentlich im Ufer Ich opfer mich Warum? Ja, damit ihr nicht geschockt werdet Wir sind sicher Ja, jetzt schieß drauf Vor allem wenn da mehrere auf einem Haufen sind, dann bildet sich so ein Netz, oder? Ja, die haben so einen Buddy-Bonus Und je mehr das sind, desto stärker ist anscheinend der Angriff An dieser Stelle ist diese Folge Ark Aberration auch wieder zu Ende Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da Werft auch nochmal einen Blick in die anderen Aberration-Videos, die hier an dieser Stelle verlinkt sind Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unseren Community-Server joinen Die Server-Informationen zu unserem GL-Players Community-Server Finden sich in der Videobeschreibung Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage Bis zur nächsten Folge Ark Aberration Bis dann, ciao, ciao!